Ihr wollt richtig Geld sparen? Dann habe ich für euch heute vier richtig coole Tipps mitgebracht. Und zwar geht es heute wieder um das Thema Balkonkraftwerk. Tipp Nummer 1, welches Balkonkraftwerk brauchst du überhaupt? Wir haben hier cooles dabei, das zeigen wir euch gleich im Anschluss. Tipp Nummer 2, wie wähle ich den richtigen Standort? Auch das ist nicht zu unterschätzen, Leute. Sprechen wir auch drüber. Tipp Nummer 3, reichen meine Kabel? Sind die lang genug? Habe ich eine richtige Steckdose? Wo gehe ich überhaupt dran mit meinem Balkonkraftwerk? Das sind heute spannende Themen, die euch sicherlich gefallen werden. Und der allerbeste Tipp zum Schluss, wie kann ich nochmal Geld sparen? Das ist auch möglich und zwar nicht nur durch Erträge, sondern auch durch das Balkonkraftwerk, das ich nicht nur kaufe, sondern vielleicht auch irgendwo einreichen kann. Und wie das funktioniert, zeigen wir euch nach dem Intro. Viel Spaß mit der Folge. Aber falls noch nicht geschehen, dann diesen Kanal jetzt abonnieren, die Glocke aktivieren, um keine weitere Folge mehr zu verpassen. Vielen Dank für deine Unterstützung. Moin Leute, ich bin Chris und wir beginnen jetzt einmal mit dem Komplettsystem von Anker, das ich euch unbedingt mal zeigen möchte. Kommt einfach mal mit. Und zwar sehen wir hier die neuen IBC-Module. Das sind zwei 440 Watt-Paneele. Das heißt, wir haben hier ordentlich Power. 2 440 Watt sind 880 Watt und einen aktuell noch 600 Watt-Wechselrichter, der aber mittlerweile durch Anker verbessert wurde. Ihr habt sicherlich gemerkt, wir gehen in Richtung 800 Watt, heißt auch, dass Anker nachsteuern musste und in der aktuellen Version, die ihr online im Shop bekommt, bekommt ihr schon die upgradefähige Version auf 800 Watt. Richtig cool. Jetzt zeige ich euch hier einmal die Neigungshalterung. Die könnt ihr einmal einstellen. Hier unten könnt ihr einmal die Winkel einstellen, einmal von 35, 40 bis 45 Grad. Das ist ein einfaches System, sowohl einfach möglich im Garten aufzustellen, sowie an einem Geländer aufzuhängen. Da sind noch Halterungen dabei, das funktioniert 1A. Wie wir das aufgebaut haben, haben wir euch im letzten Video gezeigt. Heute schließen wir das Ganze mal an. Da freue ich mich schon drauf und ich bin echt gespannt, ob das Ganze so funktioniert, wie wir uns das vorstellen. Dafür haben wir schon mal bereitgelegt, einmal die vier MC4-Kabel. Der Wechselrichter, komm mal her, ist auch schon montiert, einmal an der Neigungshalterung. Da ist Anker wirklich Weltklasse, dass die das hier so gut umgesetzt haben. Und ich muss sagen, Neigungshalterung ist auch von sehr guter Qualität. Das hält alles. Muss ich auch sagen, ist TÜV Rheinland zertifiziert. Auch gegen Windstöße, gegen Windstufe 8, geprüft und wie gesagt zertifiziert. Hier haben wir einmal die Möglichkeiten jetzt hier über die MC4-Solarkabel an die Stecker ranzugehen. Das mache ich jetzt auch einfach mal. Das gehört. Klickt. Das ist sehr einfach. Und das Schöne ist, das wird alles so ab Werk geliefert. Da müsst ihr euch keine Gedanken machen, ob das alles passt. So, der ist auch dran. Jetzt gehen wir hier mit den beiden Kabeln einmal an den Wechselrichter ran. Wie gesagt, derzeit hier noch der 600 Watt Wechselrichter. Im Shop mittlerweile der upgradefähige. Klick, klick. Wenn wir uns nochmal die Neigungshalterung angucken, dann fällt uns hier gerade auf, dass wir die unterschiedlich angewinkelt haben. Das obliegt natürlich euch. Wo ihr wohnt, gibt es natürlich verschiedene Möglichkeiten, wie die Sonneneinstrahlung ist. Wir hier im Norden präferieren so 35 Grad ungefähr. Und deshalb haben wir hier einmal dargestellt, die 35 Grad. Hier sogar ein bisschen extremer, 45 Grad. Es muss sich immer schwierig sein, mit so einem Komplettsystem erschlagt hier natürlich gleich alle Probleme auf einmal. Ihr habt die Kabel dabei, ihr habt einen abgestimmten Wechselrichter auf die Module. Das darf man nicht vergessen. Nicht jedes Modul passt unbedingt zu jedem Wechselrichter. Schaut einfach mal so ein paar andere YouTube-Videos. Es gibt viele Leute, die darüber berichten und auch Experten, die darüber erzählen. Ich bin jetzt nicht unbedingt der Experte. Ich habe auch ein bisschen Erfahrung jetzt mittlerweile. Aber dieses System hier ist zu 100% aufeinander abgestimmt. Und wenn wir uns nochmal die Module anschauen, diese IBC-Module, das ist wirklich das Neueste vom Neuesten. Das sind Module, die 10% mehr leisten. Sicherlich habt ihr hier gesehen, dass das Raster entfällt. Ihr kennt diese Standard-Module, die ihr auf den Dächern überall seht, in der Nachbarschaft. Das hier, wie ihr seht, hier ist kein Raster mehr. Das ist weg. Heißt auch, bei schlechteren Wetter oder im Winter, im Herbst, habt ihr 10% mehr Leistung. Das ist schon ziemlich viel. So, ich habe jetzt hier einmal ein 5 Meter langes AC-Kabel. Heißt, ich gehe damit jetzt mal in den Wechselrichter ran. Klick. Das Lämpchen hier fängt jetzt an zu blinken. Das heißt, dass das Netz synchronisiert wird. Jetzt wechselt ihr einmal in die App, die ihr euch zuvor einmal runterladen müsst. Und jetzt könnt ihr auch schon das Gerät automatisch über Bluetooth hinzufügen. Sollte der Vorgang nicht möglich sein, wie in meinem Fall, kann ich jetzt hier einmal über PV-Balkonsolar den Mikro-Werter selbst hinzufügen. Dafür einmal das eigene WLAN hinzufügen. Hier wird einmal der Name und das Passwort abgefragt. Das gebe ich hier einmal ein. Gehe auf Weiter. Erlaube dem Mikro-Wechselrichter einmal den Zugang. Connecte mich jetzt hier einmal mit dem Handy auf den Mikro-Wechselrichter. Das wird mir auch nochmal dargestellt, welche Schritte ich einhalten muss. Ganz wichtig, noch nicht den AC-Stecker in die Stromversorgung anschließen. So, wenn ich mich jetzt auf den Wechselrichter connected habe, erkennt das System das automatisch. Hier muss ich nochmal bestätigen, dass ich jetzt den Schuko-Stecker angeschlossen habe und das grüne Lämpchen leuchtet. Und das war es auch schon. Die App ist jetzt betriebsbereit. Wenn ihr euch noch nicht sicher seid, wie ihr euer Balkonkraftwerk optimal ausrichten sollt, dann gebe ich euch jetzt mal eine richtig, richtig coole App mit. Die zeige ich euch jetzt mal. Da könnt ihr ganz entspannt mit eurem Finger hier einmal rumgucken, um eure Position herum und schauen, wann, zu welcher Uhrzeit die Sonne wo steht. Das ist ein bisschen Spielkram. Ich finde es aber ganz witzig. Mich unterhält das tatsächlich. Und wenn ihr jetzt mal drüber nachdenkt, tagsüber seid ihr ja gar nicht da und vielleicht erst zu späterer Stunde, wo steht die Sonne um 17 Uhr oder um 18 Uhr, drehe ich die Paneele vielleicht ein bisschen mehr in die Richtung. Wir haben hier im Garten ausgerichtet die Module derzeit in eine Süd-West-Ausrichtung. Das ist für meine Zwecke sehr sinnvoll, weil ich dadurch die meisten Erträge bekomme. Nicht zu unterschätzen, die Jahreszeiten später im Jahr steht die Sonne tiefer, Leute. Das heißt, ihr müsst die Balkonkraftwerke, also die Module, ein bisschen weiter anwinkeln. Das hat natürlich auch folgenden Vorteil. Der ganze Schmutz läuft da erstmal so runter und ihr habt diese Selbstreinigungfunktion. In diesem Komplettset befindet sich ein 5 Meter Schuko-Kabel. Das ist für meine Zwecke wirklich gut geeignet und ausreichend, weil ich habe hier draußen überall Steckdosen. Aber macht euch wirklich Gedanken, bevor ihr euch ein Balkonkraftwerk anlegt, wo sind eure Zuleitungen? Wollt ihr das Balkonkraftwerk vielleicht an eurem Balkon aufhängen, dann braucht ihr draußen eine Steckdose. Durch das Fenster wird es ein bisschen blöd. Also denkt darüber nach, ob das sinnvoll ist. Wenn ihr es im Garten montiert, guckt, wo habt ihr eure Außensteckdosen. Ansonsten kümmert euch darum, dass ein Elektriker das nachrüstet. Ich kann es nur empfehlen. Wir haben hier einen namhaften Hersteller. Enker spricht für Qualität. Und egal, was ihr mit euren Komponenten habt, ihr habt auf alles Garantie. 10 Jahre auf den Wechselrichter, 15 Jahre auf die Module. Ihr habt eine 88,8%ige Leistungsgarantie für 30 Jahre. Die bekommt ihr nirgends anders. Das ist so. Das kostet alles ein bisschen mehr Geld, das ist klar. Aber ihr habt eine tolle Qualität. Und wenn ihr Probleme habt mit eurem Equipment, Einzelteilen, Zubehör, dann könnt ihr Enker kontaktieren. Und müsst nicht schauen, wie ihr irgendjemanden hier von euren anderen Modulen oder Wechselrichtern in die Leitung bekommt. Weil ich sage euch, das ist unmöglich. Nochmal zusammengefasst. Wir haben hier zwei Neidenshalterungen. Die ließen dich ziemlich leicht aufbauen. Da ist ein Werkzeug mit dabei. Ihr braucht euch nichts dazu besorgen. Wie ich das gemacht habe, habe ich schon mal in einem Video gezeigt. Schaut es euch gerne nochmal an. Zwei Hochleistungsmodule. Ein 600 Watt Wechselrichter. Aktuell im Shop upgradefähig auf 800 Watt. Sau stark. Genügend Kabel. 1,5 Meter Solarkabel. Viermal mit dabei. Die MC4 Stecker sind auch alles schon gecrimmt. Das ist alles fertig. Super toll. Und 5 Meter AC-Kabel. Also dieses Set bietet wirklich viele Möglichkeiten der Anbringung. Das Konzept ist wirklich sehr gut durchdacht. Tipp Nummer 4. Förderungsmaßnahme. Ihr habt die Möglichkeit, Geld zurückzubekommen. Das heißt, ihr verkauft das Balkonkraftwerk, reicht das Ganze bei eurer Gemeinde ein, bei eurer Stadt und bekommt Geld zurück. Und welche Städte das genau mitmachen, das könnt ihr nochmal gucken. Und zwar unter enger.com Förderungsprogramm. Verlinke ich euch gerne nochmal in den Shownotes. Schaut einfach mal rein, für wen es sich lohnt. Und dann ist das hier gar nicht mehr so teuer. Also viel Spaß mit eurem Balkonkraftwerk. Es hat mich wieder gefreut, dass ihr dabei wart. Schaut gerne bei unseren Videos rein. Gerne auf viermänner.com, wenn ihr Interesse an Balkonkraftwerken habt. In diesem Sinne, macht's gut. Euer Chris. Haut rein. Ciao. Ciao.